Jetzt machen wir eine Übung, da geht es darum, festzustellen, dass jeder Mensch eigene Grenzen hat. Es gibt verschiedene Arten, wie man Stopp sagen kann. Man kann Stopp so sagen und gerade so gemacht. Also ein Signal geben, das kann man mit der Stimme machen oder man kann es mit seinem Körper machen. Stopp. Sehr gut. Das war gut zu merken, dass da die Grenze war. Das war ein Ausschnitt aus der Fortbildung, wie kann ich mir Hilfe holen. Menschen mit Behinderung wissen häufig nicht, dass sie sich Hilfe holen können und wo sie Beratung finden. Um diese Barrieren abzubauen, bieten wir einen dreistündigen Workshop an, der sich mit vielen Fragen zum Thema Beratung und Hilfe holen beschäftigt. Themen sind dabei, Nein sagen und wo und wie ich mir Hilfe holen kann, sowie Resilienz und der Begriff des Empowerments. Informationen zu diesen Fortbildungen finden Sie unter www.petsse.de im Bereich Fortbildung. Stopp. Stopp.